Halli! Hallo und Hallöchen! Ich bin wieder zurück und wir spielen heute Pokémon, die Smaragd-Edition. Aber wir spielen es nicht wie jeder andere es spielt. Ich spiele es heute ein bisschen schwerer. Und zwar Pokémon Smaragd-Edition No Pokémon Center Challenge. Und ja, es ist genau das, wonach es klingt. Ich darf kein Pokémon Center benutzen. Und ich habe keine Chance, sozusagen. Aber ich werde euch die ganzen Regeln dann nach und nach jetzt erklären. Ich starte erstmal das neue Spiel und wir lassen uns überraschen. Und wer bist du? Na, mal schauen. Wer sind wir denn? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Äh, Junge. Gut. Junge. Die Fahrt im Umzugwagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Ja, du hast mich ja auch nicht auf den Beifahrersitz gelassen. Bitch. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben. Meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer. Whitey, lass uns hineingehen. Normalerweise musste ich nämlich mein ganzes Leben mein Zimmer und mein Bett mit meiner Mutter teilen. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Die Uhr ist stehen geblieben. Wow, neu und direkt stehen geblieben. So muss es laufen. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, Computer steht da. Reicht. Als erstes werde ich einen Trank nehmen. Den werden wir nämlich brauchen. Denn jetzt fange ich auch einfach mal an zu erklären. Wir haben die No-Pokémon-Center-Challenge. Das bedeutet kein Pokémon-Center. Es gibt natürlich auch Alternativen zum Pokémon-Center. Wie zum Beispiel bei der Mutter. Bei der Pension kann man auch ein Pokémon reinpacken und es wäre geheilt. Oder in die Box und es wäre geheilt. So, die Sache ist nun, dass die Regel besagt, eigentlich, man darf es nicht benutzen. Ich denke, ich will das auch ganz durchkriegen. Deswegen mache ich es doch. Aber nur einmal, an jeder Stelle. Ich darf bei der Mutter einmal heilen. Bei der Pension darf ich ein Pokémon heilen. In der Box darf ich ein Pokémon heilen. Und ich darf auch an den anderen Stellen, wie zum Beispiel über der Wüste, darf ich einmal heilen. Es gibt jetzt nun eine Sache noch, die dazu zu sagen ist, von den Pokémon her. Ich darf eigentlich nur sechs Pokémon im Team haben. Ein Pokémon ist besiegt, sobald es keine HP oder AP mehr hat. Und auch Verzweifler zählt in diesem Falle nicht. Ein Pokémon, das frisch gefangen ist und auf die Box transferiert wird, ist nur für das Team da, wenn es zu dem Zeitpunkt des Fangs voller HP hatte. Also, wenn ich ein legendäres Pokémon fangen will und es vorher schwächt, geht nicht. Tut mir leid. Außer ich habe natürlich einen Platz frei. Aber das Problem ist, ich muss es dann mit Tränken und so weiter hochheilen. Wenn ich ohnmächtig werde, sind natürlich alle Pokémon besiegt und ich habe verloren. Egal, ob ich noch auf der Box Pokémon habe, die ich nehmen darf. Pokémon, die besiegt sind, werde ich freilassen. Es muss nicht sein, aber ich werde es einfach tun. So, ich habe noch dazu zu sagen, dass ich ein Pokémon noch auf die Box transferieren darf, wenn es volle AP und volle KP hat. Ich darf die Pension natürlich benutzen, einmal, um ein Pokémon zu heilen. Ich darf aber kein Level Up machen. So, Attacken darf ich auch nicht verlernen und erlernen beim Attacken-Verlerner und Erlerner. Das ist blöd, aber wir haben ja TMs und VMs. Und die VMs sind natürlich sehr wichtig. Surfer kann ich jedes Mal einem anderen Pokémon beibringen. Ist sehr nützlich. Und Fliegen auch. Ich habe nun noch eine Extra-Regel aufgestellt. Ich muss jedem Pokémon einen Spitznamen geben. Es ist keine Pflicht bei dem, äh, also, es gibt eine Person, die hat damals die Regeln aufgestellt. Und ich, wir spielen ein bisschen mit den Regeln natürlich noch rum. Und ich beende insgesamt, indem ich Steven besiegt habe. Äh, du darfst mein Pokémon nicht anpassen. Was, wer bist du denn? Ich habe gehofft, dass du nett bist, Whitey. Ihr Freunde, ist das nicht albern? Ich, ich habe dich auch gerade erst kennengelernt. Hiiiiihihi. 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 Hiiiihihi. Der Pokéball gehört Michael, lass ihn besser liegen. Wie darf ich von der Frau den Ball anfassen? Hilfe. Äh, ne, warte. Hilfe. Hilfe, du da drüben, bitte. Hilfe. In meinem Beutel, da findest du ein Pokéball. Wir hätten hier das Küken Flemli, den Waldgecko Gekabor und den Lehmhüpfer Hyetropi. Ich habe mir lange, lange Gedanken darüber gemacht, jetzt gerade eben. Und ich entscheide mich für Hyetropi, den Lehmhüpfer. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn Hyetropi ist erstmal recht schnell zu trainieren. Also es hat viele Attacken und es geht hier auf die AP. Es kommt hier auf die AP an, nicht auf die Kampfkraft generell. Man muss jetzt einfach daran denken, okay, es geht um die Kampf, äh, es geht nicht um die Kampfkraft. Es geht darum, wie viele Attacken dieses Pokémon hat. Wenn ich jetzt nur 15 Mal eine Attacke hier habe, komme ich nicht weit. Oder 20 Mal. Keine Ahnung, wie viel Schnabel jetzt zum Beispiel von Flemli hat und sonst was. Und ich kann ja auch noch nicht mal heilen. Deswegen, ich muss darauf achten, dass mein Pokémon überlebt, dass es genug AP hat. Deswegen ist Hyetropi mit Level 6, äh, Lehmschelle und Level 10, Aquaknarre sehr, sehr gut. Dazu erlernt es, glaube ich, auf Level, 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 Level. 16 nimmt's Lehmschuss und auf Level 15 lernt's Geduld. Das bedeutet, es hat sehr viele, sehr, sehr viele AP, wodurch ich halt dann es leichter trainieren kann. Ja, wir wollen Hyetropi einen Spitznamen geben. Ja, das passt. Warum, Pö? Wir sprechen hier mal an. Kommst du bitte einmal mit mir? Jep, kommen wir. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist ein blauer Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge, wie Pokéwelle, mit denen man Pokémon fangen kann. Hier, dieses, ein Item quasi als Wettbe- Ja, als Bärbegeschenk. Wir haben einen Drank bekommen, der ist natürlich auch wieder wichtig. Weil, einmal kaputt, immer kaputt, ne? Ich muss mal kurz schauen, wie viel Tackle ich noch habe. 18. Das ist nicht viel. Wir haben schon fast die Hälfte weg und wir haben nichts erreicht. Rein theoretisch. Und, glaub mir, das ist schwerer, als man denkt. Auf in den Kampf gegen Maike. Mal sehen, dass Pokémon von Route 103 besitzt. Ah, oh, Wettie. Oh, ich seh schon, mein Vater hat dir dein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich geb dir einen Vorgeschmeck auf das Leben als Trainer. Und ich geb dir einen Vorgeschmeck auf... Penis! Du bist ein Naturtalent. Dankeschön. Dachte ich mir doch, wenn ich über meinen Penis rede, dass ich ein Naturtalent bin. Vielen lieben Dank für den Pokédex. Oh, wow, Wettie. Jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokédex erhalten. Und es sind nicht die, die du denkst. Du bist das Kind deines Vaters. Was? Echt? Nein. Wirklich. Nein. Alles war eine Lüge. Du Mutter von mir. Wir fangen ein Motherfucking Pokémon. Und zwar... Wompel. Nein. Kein Wompel. Wompel. Wow. Was eine Überraschung. Wompel. Ein Zickzack. Gut. Endlich mal was Gescheites. Und Pokédex. Los. 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 Glaub daran. Es wird... Es wird... Es... Los. Los. Wohnschirm. W€O. W€cha. Pi manages. W€wa. W€W. W€WVW. W€W. 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 W€W.